Sie treffen sich täglich um Viertel nach drei, oh yeah, am Stammtisch zum Eck in der Konditorei, oh yeah, und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälderkirsch und auf Sahnebaiser, auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich, oh yeah, noch Buttercreme, Torte und Bienenstich, oh yeah. Sie pusten und pusten, fast geht nichts mehr rein, nur ein Ohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein, bei Mathilde und Dilien, Marie und Liane, aber bitte mit Sahne. Das Ende vom Lied, das hat wohl jeder geahnt, oh yeah, der Tod hat drei um sie dort abgesagt, oh yeah. In der bliebenen Fahnen fuhr Schmerz keine Worte, und Sacher und Linzer und Marzipan-Torte, hielt als letzte Liane getreu noch zur Fahne, aber bitte mit Sahne. Doch auch mit Liane war es schließlich auch vorbei, oh yeah. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei, oh yeah. Auf dem Sargab statt Grenzen verzuckerte Torten, der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel je bahne, aber bitte mit Sahne, aber bitte mit Sahne. Noch ein Jessie-Café, aber bitte mit Sahne. Noch ein kleines Baiser, aber bitte mit Sahne. Oder soll's vielleicht ein Keks sein?